Willkommen von der CS 2016, wo wir jedes Jahr ein neues X1 Carbon Notebook von Lenovo antreffen. Und zwar haben wir hier jetzt das ThinkPad X1 Carbon mit 14 Zoll, 101,179 Kilogramm, sehr leicht und dünn und trotzdem schön großes Display. Nicht touch, nicht spiegelnd und wirklich ein sehr schönes Business Gate. Einmal ist es gerade am Strombahn geschlossen, aber da können wir weiterhin auch noch andere Dinge anschließen. Natürlich, wenn wir so wollen, ein Dockinganschluss darf natürlich bei der Business Reihe nicht fehlen. So wie hier ist zwar jetzt gerade ein USB 3.0 Stecker angeschlossen, aber daneben wäre noch ein Displayport, den wir jetzt leider hier nicht erkennen können oder nur schwer erkennen können. Ich kann es jetzt hier nur schwer ins Bild halten, aber vielleicht sieht man es hier ganz leicht, dass da noch ein Displayport ist. Gehen wir einfach mal weiter. Ich will natürlich hier nicht den Alarm auslösen am Stand. Des Weiteren auf der nächsten Seite haben wir weiterhin einen USB 3.0 Stecker, HDMI-Anschluss, Headset und ein Kensington, also noch kein USB 3.1. Bei Business Geräten scheinbar noch nicht so wichtig. Und wie ihr sehen könnt, das Display jetzt auch weiterhin 180 Grad nach hinten kippen. Wirklich sehr schön und Lüfter haben wir hier dann entsprechend auch noch auf der Rückseite von dem Gerät, beziehungsweise auch eine SD-Karte lässt sich hier noch einschieben und eine SIM-Karte. Das darf man hier nicht vergessen. Ich schaue mal gerade, wie ich das am besten hier euch zeigen kann, ohne dass der Alarm losgeht. Also hier hinten könnten wir noch entsprechend Karten einschieben, wenn wir hier dieses kleine Ding aufmachen. Aber dann müsst ihr aufpassen, dass hier das auch wirklich jeder richtig zumacht, sonst könnte ja das Display nicht ganz weit nach hinten klappen. Von unten kann man sehen, leider RAM und ähnliches ist nicht so leicht auszutauschen, aber bis zu einem Terabyte interne SSD könnt ihr noch dazu buchen, wenn ihr wollt. Und einen i7 mit V-Pro-Prozessor ist auch maximal möglich, hier bei dem X1 Carbon. Schauen wir mal, wie schnell das hochfährt. Aus dem Standby wieder. Oder fährt es jetzt noch gar nicht hoch. Leuchten tut es zumindest nicht so sehr. Schauen wir uns auf jeden Fall die Tastatur mal an. Die schaut eben auch sehr gut aus, fühlt sich sehr gut an, ist vor allem schön leise. Und hier unten haben wir natürlich noch den riesengroßen Trackpad mit den integrierten Tasten. Oder auch hier natürlich noch die Taste integriert. Und wie ich schon jetzt sehen kann, wir haben hier scheinbar ein Passwort drauf. Also es wird hier nicht funktionieren. Aber wir haben oben noch eine Webcam und zwei Mikrofone hier auch mit dabei. Bei dem Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Eines der leichtesten und dünnsten 14 Zoll Notepunkts und trotzdem stabilsten. Denn wie der Name schon sagt, das Material ist natürlich robust. Das kennt man ja Carbon aus dem Rennfahrbereich und aus anderen Bereichen auch hier von Lenovo. Bald erhältlich auch mit Fingerprint wieder hier an der Seite, wenn man so möchte. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Malas Kral und Tschüss.